einen wunderschön da bin ich wieder euer odin auch und ihr seht es an mir meine augen und vielleicht sieht man noch dass die seite noch ein bisschen dick ist ich hatte eine zahn op und ja bin deswegen seit einer weile aus sei fecht gesetzt jetzt krieg antibiotika alles lange schichte ja auto geholt da kommt alles immer wenn es kommt dann kommt dicke tochter war auch noch krank alle waren so krank aber der tobi hat mir heute geschrieben der möchte doch bitte wieder ein video sehen und so und jetzt kam heute dieses hier wo ich sowieso dringend ein unboxing machen muss um euch zu zeigen und auch um zu testen falls kaputt ist kann ich wieder zurückschicken das ist vor silvester wieder da ist und zwar habe ich mir ein raglet und fondue set gekauft das ist echt groß das ist im prinzip die gleiche wie momentan auch bei netto gibt ich packe euch mal amazon link otto link und unten drunter das unterschied ist wenn ihr das seht hier oberseite ist hier weiß und bei netto bei dem roten netto wenn ihr das kauft ist oben grau so meine rechnung ich habe bezahlt 59 euro ein paar zerquetschte und dadurch dass ich ohne versand kostenfrei war aktion jetzt und ich habe auch noch ein gutschein code ja für fünf prozent also bezahle ich jetzt 56 euro 50 oder so keine ahnung so und dann werden wir das jetzt mal gute stücke aufpeitschen das war auch ziemlich schnell da war ich sehr erstaunt und selbst über hermes bei hermes hatte ich ja in den letzten jahren nicht so gute erfahrung gemacht aber das wird mittlerweile immer besser bei hermes muss ich sagen also mein hermes fahrer den ich jetzt habe der ist nett der kommt auch bis hoch nicht so wie den alten hermes fahrer den ich hatte der da mal einfach nur unten beim nachbarn ein paket abgegeben hat so und ihr fragt euch bestimmt warum so groß ja ich bin vielfraß und meine frau und mein kind ist ja auch mit und wenn da nur vier schäufelchen sind ja was ist denn meine frau und was ist meine tochter also vier schäufel sind vier schäufelchen sind für mich reserviert und die anderen beiden können zwei haben reicht aus ist doch so so dann pack erstmal alles aus leute und dann gucken wir uns das mal heiliges flechle so hier ist das ding irgendwo muss auch der stein sein das ist ein blech styropor topf ach da ist der stein nochmal styropor ich habe schon echt überlegt mit meiner frau wo ich das überhaupt hinstelle weil so viel platz ist in meiner tüche auch nicht und dann habe ich zu meiner frau gesagt wir machen das ganz einfach wieder zurück in den karton und den stellen wir das oben im schrank auch das ist gar nicht so schwer wie ich gedacht habe so so jetzt erstmal hier alles raus machen hier muss ja nicht sein kann da nicht immer alles hier mann 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 ey wer hat bloß die schwerkraft davon hat 1600 watt ich habe auch schon alles vorbereitet so jetzt könnt ihr euch mal sehen dann ach da sind sie ja mehr als 8 schaufeln so das ist von oben hier ist praktisch die grillplatte ich bin mal echt gespannt und dann haben sie extra doppelt gemacht für den topf bin euch gespannt ob das wirklich das bringt was das bringt und den topf auch vernünftig heiß macht jetzt sehen wir erstmal die schäufelchen bevor wir weiter machen eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn das ist geil da gebe ich euch so ja eh ein schäufelchen mehr dann dürft ihr fünf haben und ich nehme auch fünf ja dann geht es genau auf vier vier sind acht neun zehn ach so dann kannst du auf einer seite halt nur zwei oder halt hier unten machen und lässt das oben frei oder so oder ne hier sind noch mehr was noch hab ich mich jetzt verzählt eins also eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf zwölf zwölf soja leck mir am arsch ey dann bin ich großzügig und gehe noch ins hoch ihr dürft ja sechs schäufelchen haben und ich auch sechs geht es wieder genau auf so äh die lasse ich aber jetzt noch verpackt ich packe nur ein schäufelchen gleich mit euch aus die packe ich mir mal hier beiseite und mache das mal alles hier so ein bisschen rüber genau danke Schatzi dass wir uns die mal genau angucken können das ist auch halt nur leichte Metall na gut der Griff, also vom Griff bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht so begeistert hier habe ich zwar so, ist bei allen so, so dünn, ja hier habe ich auch so ein Symbol für Hitze, guck mal da ja ja da darfst du das halt nicht auf die Platte liegen Achtung nur das Schäufelchen aber seht ihr das? das ist halt so dünn also das ist mein erstes Raglet, was jetzt so in einer größeren Version ist, aber das ist Plastik sieht halt ein bisschen biegig aus also dann habe ich Angst, dass das kaputt bricht ne im Silvester wird es das erste Mal im Einsatz sein ja das Metall kann man auch leicht biegen, das wirkt man jetzt nicht biegen aber muss ja auch sein, soll ja leicht die Wärme anleiten dass man halt nicht so viel Hitze so dann kann man das hier runter stellen ist auch ist auch stabil, wie kann ich euch das mal zeigen das ist jetzt hier drauf gut, wenn der Griff jetzt natürlich noch größer wäre, dann würde das dann natürlich so runter kippen gut, dann ist das natürlich du hast doch Essen drauf ja gut, da ist doch wieder recht, ich habe Essen drauf aber sieht so schon mal ganz gut aus und dann haben wir hier noch mach ich mal so, ein bisschen freundlicher haben wir noch ich habe ja noch in meinem anderen, habe ich ja auch noch noch ein paar Fondue-Spitze oh Gott muss mal gucken, wie viele da haben ist doch nicht also da müssten jetzt wenigstens äh, was steht da drauf, wie viele Personen ist das? für acht Personen, wa? also wenigstens acht so eine Spießer müssten jetzt hier wenigstens rausspringen so haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht was ich sehr gut finde ist, dass alle acht mal so machen, dass ihr das sehen könnt alle acht halt verschiedene Farben haben dass man halt da nochmal orientieren kann was ist meins wenn man Fondue ist finde ich sehr gut da hätte ich jetzt auch cool gefunden wenn sie jetzt zum Beispiel hier dieses Plaste, wo man festhält oder hier diesen Abstandshalter wenn sie den auch noch in so einer Farbe gemacht hätten oder zwei in der gleichen Farbe dass jeder dann praktisch von den acht Leuten zwei Schäufelchen hat oder was weiß ich aber dass man da verschiedene Farben auch hat dass man das ein bisschen besser aufteilen kann als Anregung nur als Anregung aber das ist wirklich Meckern auf hohem Niveau ach so warte mal eben brauche ich quasi dass ich den nochmal angucken kann dann haben wir hier praktisch den Fondue-Spieß den kennt ja fast jeder mit den Einkerbungen natürlich dass es besser hält Schäufelchen auch hasse so dann haben wir natürlich die Platte Bedienungsanleitung auch aber ich bin ein Mann was machen wir mit Bedienungsanleitung wegschmeißen so dann haben wir das und wie gesagt das ist hier weiß bei der Version die es bei Netto gibt da ist das steinfarben also wie der Stein den ich euch gleich zeigen werde ist auch geriffelt auf beiden Seiten ist es geriffelt macht sich für das Braten dann natürlich dementsprechend gut da kann das dann nämlich so das Öl so ein bisschen ablofen muss man gucken muss man das einhaken oder hält das von alleine ein bisschen locker oder habe ich schräg drauf ich habe schräg drauf musst du zu locker sein Schatzi ja ok Schatzi sagt ja braucht Spiel braucht Spiel so hier ist der Stein der Naturstein ist auch wirklich schwer auch da oben der hat komplett eine Rille so den setzen wir jetzt hier rein dann haben wir hier den Ring für unseren Topf ja auch mit diesen Einsparungen da kann man seinen Spieß rein packen na warte ich habe hier noch mehr was haben wir oh guck mal hier Spatel zum runterkratzen von den Schäufelchen Holzspatel ja zum sauber machen zum runterkratzen wenn du da schon dein gegartes Essen drauf hast oder für die Ohren runterkratzen wenn es da anbacken da haben wir also hier Holzdinger kann man die einzeln kaufen weiß ich nicht haben wir eins zwei sechs sieben acht neun zehn elf zwölf ja so viele wie schäufe ich jetzt ja die kann man bestimmt sauber machen und dann mehrmals benutzen also davon auch zwölf Stück ja so einmal für dich Schätzen dann haben wir hier den Topf da ist noch so ein Gitter drin wir können natürlich auch wir müssen nicht wir müssen nicht Fondue benutzen ihr könnt natürlich auch wenn ihr wenn ihr natürlich ihr könnt auch den Stein zum Grillen zum Braten benutzen wenn ihr kein Fondue haben wollt oder so ihr könnt aber auch natürlich wenn ihr jetzt eine Silvesterrunde macht oder so und es natürlich lecker Punsch gibt Alfred Tetzlaff sag ich nur Punsch du das Lecker Punsch den guck ich mit meiner Frau die sind ja auch auf jeden Fall könnt ihr den Topf natürlich auch nehmen das ist übrigens der Topf der ist auch gleich mit bei den könnt ihr natürlich nehmen macht er Punsch drin stellt er den hier rauf habt ihr die ganze Zeit warmen Punsch könnt ihr immer rausnehmen so dann haben wir hier so ein Grill so ein Ding hast du ja wofür ist das Ablagerring für von ach nee ach wenn du den abstellen willst dass du den quasi nicht auf eine Ebene stellst sondern das ist ein Abstandshalter so zu sagen ach für nen Tisch für nen Tisch ach wir haben so ja einen Abstandshalter für nen Tisch na das ist ja mal Knorke so der Deckel passt auch rauf auch wenn das äh der Abstandsring gemacht ist dann seht ihr so und jetzt werden wir das einfach mal testen ich hab auch schon alles an Strom angeschlossen ich will nur das Plaste vorher alles irgendwie beiseite räumen ich hab nämlich Angst dass das denn hier stinkt nach Plaste so ach Öl hast du nämlich schon hingemacht soll ich das jetzt echt schon drin machen Hasi? ein Schwupp aber nur ok machen wir mal ein Schwupp Öl rein zack so dann machen wir das Ding mal an und dann können wir hier bis zu vier Stufen haben wir wir haben ja bis zu vier Stufen haben wir hier vorne das zeige ich euch gleich wenn es läuft der grillt aber nur von oben hier unten ist noch keine Heizplatte drin nur von oben und das Schäufelchen wird nur heiß weil es von oben heiß wird bist du sicher? wie soll denn der Käsesund schmelzen ohne dass es unten anbrennt? wird auch schon warm wird schon richtig warm richtig schnell warm auf der rechten Seite schneller als auf der linken Seite noch kann ich anfassen wenn es einfach zu zischen ist wenn es zu zischen ist dann ist es meine Haut uh uh jetzt wird es knapp rechts ist immer noch heißer als links heiß muss ich runter nehmen links geht noch jetzt muss ich auch links runter nehmen so das stinkt schon weil es ist eine neue Heizspirale die riecht am Anfang kennt ihr ja wenn ihr ein Herd oder sowas neu habt beim ersten Mal benutzen dann stinkt das alles so ein bisschen oh das schmeißt echt eine geile Hitze dann bin ich mal entspannt wir beobachten das mal Hasi könntest du mir vielleicht ein Stück Schwarzbrot geben und ein bisschen Käse müsst ihr noch offen haben musst du jetzt nicht unbedingt den Käse offen machen jetzt testen wir mal richtig wir machen ja keine halben Sachen was geil ist und man kann auch an diesem Griff auch wenn es an ist kann man das noch ein bisschen nach links und rechts packen das ist natürlich gut weil wenn man dann auf dem Tisch Tischfeuerwerk benutzen will und so wenn man fertig mit Essen ist das Ding aber noch heiß ist kann man es dann daran anfassen eine Küche tragen oder was weiß ich das schmeißt aber auch eine Hitze wie gesagt ich glaube auf Stufe 4 also selbst ich fasse jetzt hier so etwas oben drüber an und hier kommt schon die Hitze richtig gut an also selbst aus dem Top noch nicht ganz so ja gut hier muss auch erstmal die hier ist natürlich was anderes beim Topf weil da muss ja erstmal die Steinplatte erstmal heiß werden aber dafür wenn die Steinplatte einmal heiß ist leitet sie richtig gut weiter die Hitze und bleibt auch dementsprechend wenn man es ausschaltet noch länger heiß ach supi so was soll ich denn jetzt machen Hasi auf Toast und den Käse die Wurst einfach nur so rum gib mir mal gib mir mal Zwischöpfelchen oder so wie wie die Wurst die Wurst die Wurst natürlich erstmal oben drauf zum Grillen na warte mal dann mach ich was erstmal alles separat drauf zum Grillen ach so ja den Käse hoch der zerläuft doch nein den Käse den machst du erst zum Schluss drauf wenn alles was du oben grillen wolltest schon gar ist ja normalerweise kriege ich das immer fertig denn du kannst das einfach rein ja das selber ist was anderes wenn man das selber macht oh das guck mal ja aber du musst ein bisschen warten und der Käse ist quasi nur dazu da also das habe ich letztens aber nicht gemacht dass ich das vorher hier oben aufgemacht habe ich habe das hier oben aufgemacht und dann unten sind die schon mal fertig ist ja da oben kannst du alles machen da kannst du Fleisch Fisch Gemüse alles drauf grillen dann tust du es unten auf dein Schäufelchen ich habe mal eben mal abgemacht das mache ich da drin um zu gehören wenn es da brutzelt ja und dann tust du das alles auf dein Schäufelchen und legst Käse drüber Feta Mozzarella was auch immer fällt aber runter normalerweise machst du das in kleinere Stückchen vorher ja siehste das hast du mir nicht gesagt zu Demonstrationszwecken machen wir das doch mal kleiner ja ein viertel das mal ich würde vierteln passt und dann grillst du das erstmal ja passt auch ich brauche noch ein bisschen Schäufelchen ich verstehe dich nicht ich brauche noch zwei Schäufelchen möchtest du den Mund noch ein bisschen voller nehmen ne noch nicht nachher nachher jetzt noch nicht hört ihr das schon zwischen leck mich am Arsch oh ich habe beim Schlucken noch Probleme durch den Lymphknoten das ist ja nicht geschwollen muss ich jetzt ähm Antibiotika nehmen und äh ja alle acht Stunden also äh früh um acht dann um 16 Uhr und nachts um 0 Uhr das heißt um 0 Uhr klingelt mein Wecker äh ja Pille und dann kann ich weiter schlafen und dann habe ich manchmal das Problem dass ich dann nicht mehr einschlafen kann wenn ich immer wach bin das ist geil so dann nehmen wir hier mal hast du jetzt extra den neuen Käse aufgemacht Hasi? ja hättest du doch nicht machen müssen den haben wir doch für Silvester gerault komm mal neu ja dann sieht das aber so verfressen aus ja ich weiß bist du von mir gewöhnt so jetzt habe ich hier oben mal Streifen mit dann machen wir uns mal hier die Schäufelchen herunter so wie gesagt das Öl brutzelt noch nicht so oh das Mensch hier kannst du ja auf dem Ding kannst du ja fast grillen ey kannst du im Sommer als Grill nehmen da braucht ihr Grill von meine Mutter hat sich so ein Elektrogrill geholt wo auch ewig eh da was warm wird ich rede warm nicht heiß also wirklich nur Publau total schlechte Investition der wird nicht mal ansatzweise so heiß könnte ich noch zwei Schäufelchen bitte haben ich danke dir mein Butterhörnchen ich nehme den Käse zum Schluss drauf dann ne ja habe ich da schon drauf wenn alles da ist so wie du das gerne möchtest so heiß ordentlich angebrutzelt kannst du auch auf das Brot und dann ein Stückchen von Wurst und dann mit Käse erst überdecken Brot so zack dann machen wir das einfach mal so hier machen wir das auch so und hier mache ich dann nochmal oben drauf was oder muss ich das erst schmelzen lassen ne was? das müsste so auch gehen testen wir testen wir versuch macht klug hier so ich habe jetzt nämlich hier so ich glaube das hier einfach mal das ist jetzt hier spontan hier alles also Leute soweit wollte ich eigentlich heute gar nicht jene gleich benutzen ach die Wurst die grillt hier schon seht ihr das? schon ein bisschen platzt hier mal kurz abbeißen auch einigermaßen warm schon ich teile die jetzt mal es geht vielleicht ein bisschen schneller wenn ich die jetzt ein bisschen teile siehst du so kriegst du auch deinen Willen ich esse wieder ich habe vorhin erst die gegessen würdest du mir bitte die trinken geben Hasilein? es gab ja so Schmerzen im Kiefer Dankeschön also Tobi das mache ich hier extra für dich also das Öl ist noch nicht Passiert da überhaupt was mit dem Öl? Hättest du das doch ist heiß Hättest du das Handbuch gelesen hättest du gewusst dass man das Ding erst mal 10 Minuten vorheizen lässt auf voller Stufe bevor man da überhaupt irgendetwas drauf tut ja du hast das Handbuch gelesen ich habe es gerade gelesen ja dadurch weiß ich das hier jetzt ja siehst du aber so ja aber selbst du vom ersten machen wüsste ich jetzt gut wenn ich das nächste Mal benutzen will machst du 10 Minuten vorher an das merkt man ja beim ersten Mal benutzen das ist man beim zweiten Mal schlauer mhm oh guck mal sieht richtig gut aus wartet mal seht ihr das? schön goldbraun da oben der Käse schön zerlaufen das ist heiß ich werde mal was machen wir mit der heißen Schaufel ja genau festhalten das ist gute Idee Hasi so hier das ist auf der Seite das ist noch nicht ganz so gut geworden also Seite ist wohl nicht ganz so extrem heiß wie zentral hier auch hier sieht man auch schon dass es hier oben braun wird auf dem guck mal noch ein bisschen ich mag es knackig und hier was wie ihr seht hier ist noch nicht mal ansatzweise der Käse geschmolzen der ist weich aber er ist noch nicht geschmolzen also würde ich sagen dass die Seiten zum warmen Halten gut geeignet sind ein bisschen Wärme also ein bisschen kann man auch darauf garen aber zentral die vier Stellen vorne und hinten wären jetzt zum richtig machen besser geeignet würde ich jetzt so sagen mal gucken nach Silvester kann ich euch mehr sagen wenn wir dann im Dauereinsatz probiert haben aber man merkt es schon oh scheiße jetzt zeigt er angefasst es ist heiß was machst du noch ich kann doch nicht mit Absicht angefasst so also man merkt auch echt dass hier wirklich eine mega Hitze kommt und hier Publau also wenn man weiter hält ist es auch heiß aber definitiv nicht so heiß wie vorne vorne ja musst du mal anfassen kosten wir mal hier was würde ich auch machen na 50-50 ich habe meine Hälfte schon hier essen ja schon knusprig ja finde ich gut also ganz gut so jetzt gucken wir mal das Schwarzbrot an und jetzt noch mal eine Schaufelchen ein Schaufelchen oh Mensch ich habe einen Deutsch heute oben ist schön knusprig unten natürlich nicht so knusprig weil ich habe es vorzeitig von der Platte genommen also müsste man echt oben ein bisschen länger drauf lassen so ist aber lecker so deine Hitze das ist übrigens Butterkäse Butterkäse der eignet sich hervorragend Schatti sagt gerade das Butterkäse der eignet sich hervorragend dafür Kaffee bis Silvester ist das Loch zu jetzt wenn ihr den seht jetzt wird das auch braun und der Käse zerläuft langsam also es ist wirklich so dass die Seiten besser zum warm halten gedacht sind und langsam garen und dass die vier Stellen vorne und hinten definitiv heißer werden kann man da was sehen? ja also wenn ich jetzt so runter geguckt wo ich jetzt so runter geguckt habe das schlängelt sich ja vorne hier ist es richtig rötlich glühend die Seiten so leicht rot angehaucht und hier auch wieder sehr rot glühend Heiß! sehr heiß! noch mal koffen Fossel heiß! geil oder? ja echt mal! deine Hälfte! ah jetzt passiert hier auch was jetzt wird das Öl hier oben auch schon leicht heiß und hier hat es schon ein bisschen Puff Puff gemacht ach danke Puppi so und ihr hört die Wurst brutzelt hier auch fleißig vor sich hin jetzt haben wir natürlich auch hier dass der Käse schön dunkel bräunlich hier oben ist so leicht bräunlich die Stulle schon sehr bräunlich hier vorne kann man wirklich nicht anfassen das ist wirklich sehr heiß hier also geht kurzzeitig aber hier hinten ist das Arsch kalt also wirklich nach dem Stopper also bis zum Stopper okay nach dem Stopper würde ich an eurer Stelle nicht anfassen hier auch kann man das sehen leicht kann man das nur sehen ah hier oben fängt es jetzt an hier oben fängt es jetzt an und wir gönnen uns jetzt erstmal das Schwarzbrot einmal heißes Schäufelchen so ihr seht es dampft ist sehr knusprig am Rang und der Käse ist sehr heiß naja jetzt könnte man natürlich ein bisschen mit wenn man noch ein bisschen Remoulade drauf gemacht hätte oder Ketchup dann wäre das jetzt nicht so hart geworden weil Flüssigkeit genug da ist dann wird das nur leicht hart so kleine Hälfte ne essen nicht nur hinpacken essen Hase boah so jetzt nehmen wir das hier auch runter nochmal heißes Schäufelchen pass auf so und wie ihr hier seht hier ist es schön braun wie gesagt ich habe jetzt nicht auf die Feinheiten geachtet ich habe das einfach mit der Hand durchgebrochen also da müsste man dann halt natürlich schneiden am besten man schneidet das harte weg und nimmt nur das weiche und macht sich das dann in vier Hälften oder so kleine kleine Hälften man kann ja nicht mal die Hand hier hinpacken es ist heiß sehr lecker ja so die Wurst die ich jetzt die ganze Zeit hier drauf habe die sieht jetzt mittlerweile so aus die habe ich immer mal nur gewendet und ist auch heiß und lecker gut durch deine Hälfte so und hier oben also das Fett macht jetzt schon Bläschen aber ich hätte mir gewünscht dass man vielleicht zwei Tasten dran hat dass man zwei An-Ausschalter hat einmal für das Äußere für das Raclette und für das Fondue vielleicht einen Extraschalter ja das wäre jetzt aber das ist wirklich meckern auf hohem Niveau weil wenn man kein Fondue braucht und nur racquet haben will ja könnte man dadurch natürlich ein bisschen Energie sparen weil das Ding in der Mitte nicht läuft oder man nimmt das auch gleichzeitig zum Grillen durch den Naturstein dauert aber natürlich dementsprechend lange eh da was ist und lecker war und so wie es sich anhört läuft ja jetzt brutzelt hier unsere Wurst da müssen wir auch mal googeln nach ein paar vernünftigen Rezepten also nicht nur Öl dass wir geschmackhaltiert Öl nehmen oder sowas Käse oder Brühe kann man auch nehmen ja da müssen wir nach einer vernünftigen Brühe gucken für Silvester Schweizer Fondue Weißwein ja ich muss doch schon ein Glas Sekt trinken zum Anstoßen da muss ich denn nicht da auch noch Weißwein drin haben ich muss nur nippen ich muss nur nippen nur nippen ja aber ich muss es trinken das ist nippen das ist ekelhaft so jetzt würde ich sagen jetzt machen wir langsam Schluss ich zeige euch das jetzt mal nach der ganzen Zeit sieht das jetzt mittlerweile so aus ja die Ecken sind so leicht bräunlich geworden da sieht man jetzt auf der Kamera echt schlecht ah heiß ist sehr heiß ich kann heiß essen das war sehr heiß das war gut ja also auf jeden Fall erfüllt das was wir wollten und wenn man vergleicht das also bei Otto haben sie geschrieben dass das Ding mal 120 Euro kosten sollte jetzt 59 Euro wie gesagt wie gesagt etliche Schäufechen mit bei Dings ist mit bei man kann Fondue machen man kann Raclette machen man kann alles machen man hat auch hier diesen Untersetzer hier nicht wundern dass hier noch der Käse drauf da ist noch der Untersetzer mit bei wo man den Topf dann ruf stellen kann andersrum ne so ruf so ruf ja und dann stellst du den Topf ruf ich hab gedacht so rum nee dann steht der hier drauf nee bringst ihn andersrum die Frau sagt ich soll den so hinstellen ja und dann stellst du den Topf rein das ist aber ein bisschen nah am bohnen naja ok testen wir denn Deckel ist auch mit bei die Holzspatel sind mit bei jetzt mach ich das mal aus puh drehen wir mal runter also jetzt schmeißt also ich brauche hier nicht mal heizen heute weil das Ding jetzt schmeißt eine Bulldenhitze also selbst wenn die Heizung bei euch kaputt ist und ihr habt noch Strom schmeißt da den Raclette Grill an ihr habt warm und könnt gleichzeitig noch essen also besser geht es doch gar nicht ja also von mir auf jeden Fall top geeignet ach hier haben wir so extra den Knopf hier schützt da falls hier was runter läuft das mach ich mal nochmal unten das ist jetzt wie gesagt ich hätte das mal vorher zeigen sollen bevor es so heiß ist wie es jetzt ist hier haben wir praktisch den Knopf zum an und ausschalten hier wo ich hier mit dem Spatel jetzt den zeige und hier oben drüber wo ich jetzt hier bin da haben wir so eine Lippe das wenn jetzt hier was runter läuft das hier rauf läuft und dann nach links und rechts läuft und nicht direkt auf den Knopf und dadurch den Knopf blockiert so das war auch soweit ich werde damit Silvester mit Frauchen und Kind schön Fondue und Raclette machen da darf ich leider nicht filmen weil meine Frau sagt nein Privatsphäre muss auch sein oder Schatzi sie sagt leider noch immerhin ja nicht mal kurz anschmeißen und frohtneut ja wünschen nicht gar nicht Silvester keine Arbeit bleibt aus ok darf ich nicht darf ich nicht aber ich nehme den vorher schon auch für euch auch Weihnachtsgröße nehme ich nur auf und so wie gesagt das kommt noch ein jetzt in den nächsten Tagen Zahn muss jetzt halt nur noch ein bisschen besser werden mit dem Onkel mache ich am zweiten Weihnachtsfeiertag live also ich denke mal dass ich das heute noch bearbeiten werde das Video und dann mache ich am zweiten Weihnachtsfeiertag mit Onkel live mit euch machen wir eine gemütliche Talkrunde es geht jetzt nicht rein um Dampfen nicht rein um Spielen geht um alles wir quatschen einfach nur über Gott und die Welt ihr seid alle herzlich eingeladen wenn jemand mit in den Chat will kann auch mit in den Chat kommen in den Hangout kommen eine gewisse Anzahl an Personen natürlich weil wenn zu viele sind dann ist es nur ein wild durcheinander Quatsche so oder mal gucken was Onkel sagt ich muss jetzt erstmal mit Onkel abquatschen um Gottes wenn nicht dass ich etwas Falsches sage und ich werde jetzt noch ein Video machen nicht heute weil Frauchen ist ja da Frauchen ist dann ab Montag wieder arbeiten werde ich dann ein Video machen wo ich euch meine Weihnachtsgeschenke zeige die ich für meine Tochter und für meine Frau gekauft habe und ich bin auch echt gerade am überlegen ob ich vielleicht eventuell müsst ihr mal in die Kommentare schreiben ob ihr Bock drauf habt ein Video mache wie die ganzen Schenke verpacke als kleine Entschuldigung dafür dass jetzt die letzten Tage nichts kam wie gesagt Auto abholen Tochter krank ich krank ich war ja zweimal krank ich war erst krank dann haben wir das Auto geholt dann den Weisheitszahn raus operiert dann war meine Tochter war ich Weisheitszahn Tochter auch krank also hier ging es echt die letzten Tage drunter und drüber also deswegen einfach mal in die Kommentare unten posten ob ihr darüber überhaupt Bock habt weil ich bin da noch nicht ganz schlüssig doch 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 ist er er möchte gerne einpacken ich möchte ich packe nur ein weil du gesagt hast die Schenke müssen eingepackt werden sonst hätte ich eine Tüte genommen alle drin nahm auf die Tüte drauf und fertig aber wir haben heute viele Schenkpapier gekauft und ja muss das ja nur sein ja oh Gott das schwitze ich mir die Seele aus dem Leib aber wenn ihr da Bock habt natürlich würde ich auch ein Video machen wie ich das alles einpacke und dann könnt ihr zusehen wie Odin die ganzen Schenke verpackt aber nur wenn ihr Bock habt einfach mal unten runter posten ich bin dann erstmal weg ich hoffe das Video hat euch gefallen wenn ihr noch Fragen zu dem Raclette Grill habt nur raus damit wie gesagt Silvester ist bald da haben wir das erste Mal komplett im Einsatz über mehrere Stunden weil Silvester ist lang und ich habe eigentlich immer Hunger ja ich habe ihr habt ja gesehen dass ich zugelegt habe ich habe aber schon wieder abgenommen ich bin jetzt kann ich am Rand mal erwähnen bin von 107,6 bin ich jetzt auf 103,3 Kilo runter weil ich mache jetzt eine Diät Frauchen kocht jetzt Diät-Essen für mich also nicht Diät-Essen also nicht mehr so fettarm nicht mehr so viel Fleisch nicht mehr so viel was? Kohlenhydrate Kohlenhydrate, Ballaststoffe und dann alle ja, Ballaststoffe sind da nicht mehr so viel Kohlenhydrate, Fettärmer ja, dass ich ein bisschen wieder auf mein Wohlfühlgewicht komme bis 90 darf ich abnehmen, hat Frauchen mir erlaubt weil sonst sehe ich aus wie ein Hungerhaken also bis 90 darf ich runter, mal gucken ob ich es schaffe so, aber das war es jetzt auch wirklich ich verabschiede mich von euch ich hoffe es hat euch gefallen, wenn es euch gefallen hat lasst einen Daumen oben da Ahoi, sagt euer Odin Ahoi